so und herzlich willkommen zurück zum let's play schon mal das mikro mal ein bisschen an meinen mund und dann kann es auch losgehen okay und hier waren wir zuletzt statusbericht let's play folge sieben ich habe auf jeden fall schon länger nicht mehr aufgenommen so gut der lebt nicht mehr sieht auf Prozent gut ich will gar nicht wissen was er da versucht hat ein Medikitt Moment mal ich drehe mal hier ein bisschen an den Optionen Empfindlichkeit ein bisschen was habe ich eigentlich für eine Schwierigkeit normal so und die 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 Soundeinstimmung mal kurz gut so äh falsche taste richtige taste und ab geht's also ab geht's ab geht's hallo hallo ja 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 oh mein Gott also meine Maus äh schafft das Spiel irgendwie nicht nein und nochmal Gott oh Gott oh Gott Moment mal kurz hatte ich nicht hier noch eine Maus sieht grad äh nicht wirklich danach aus egal ich spiele einfach mit der hier weiter und dann äh ja werden wir ja sehen und diese Musik ne ey doch ey ich bin super gelaunt grad wofür braucht man denn hier bitte Musik wir sind hier ja nicht auf nem Konzert ja 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 komm leg los ach ja stimmt irgendwas war ja da mit der Zeitlupenfunktion und mit meiner Maus nicht so ganz da war ein toter Soldat von euch noch jemand was macht der da achso haha gut weiter geht's gut äh ja holen wir uns noch kurz ein Drink ach schade nichts mehr drin gut gesundheit voll und so weiter äh ein bisschen blutig ne aber auch auch wie süß sieht das denn aus also unglaublich süß yeah eine neue Uniform und dann auuuu der hat ne Waffe die wir nicht haben doch oder oder was hat der was hat der ich meine der hatte Schrotflinte oder Schienenpistole Schrotflinte Schrotgewehr Schlitterranate voll da ist nix mehr nehmen wir die nee nehmen wir die ok hier ist Fox hört mich jemand jo ich höre jemanden weinen klingt wie eine Frau ich will das ja ja gut das klingt äh ja gar nicht unheimlich äh da sollen wir rein oder was ist hier müssen wir nachladen erstmal sollen wir da rein ne ich glaube ja nicht oder ne ne aber so können wir auch nicht nehmen ok dann müssen wir wohl hier gekonnt über die Theke springen ja ja hier wie Actionman mal kurz durchs Fenster ähm nein 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 äh die Taste wollte ich drücken hier kurz und weiter gehts wo sind wir hier ähm ähm Abstell Raum äh komisches Geräusch so weiter gehts äh ich würd mal sagen hier kommen wir nicht raus oder kriegen wir den ja nicht weg ne ich würd mal sagen hier kommen wir nicht mehr raus gut also sollte nein hier muss doch weiter gehen ne vielleicht durch diesen Mülleimer hier wow ne wohl nicht naja ich will aber da raus naja gehen wir wieder zurück würd ich vorschlagen so 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 äh 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 ne hat die high gesagt ich will gar nicht wissen ich die soll am besten gar nichts sagen die soll ganz ganz heiß sein das ist ne Tür zum Treppenhaus gut gesperrt da und dahinter ist ein Hinweis äh oh Gott also äh wenn man das Spiel ne Weile nicht mehr zockt ist man gar nicht mehr so abgehärtet okay so wir haben Alma gehört das heißt die muss hier irgendwo sein dass hier keiner aufräumt jetzt kommt doch sicher irgendwas wo wo denn ach da ja ich auch ja ja was ist hier was ist hier jo jo ich geh ja schon äh so äh ähm das 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 wäre die erste meiner Sorgen runter oh äh ähm genau lass mich hier während die anderen da schließen ja ja achse haare die von der decke wachsen äh und wieder diese komische Wiese wo ein Baum drauf steht ach wie süß sie doch ist guckt euch das an wie süß äh atomkraftwerk oder was ist das da ich guck mich mal um äh geht das ah ok na ey geh doch nicht näher dran da die will ich töten ja ja hi wie geht's Arschloch keine Ahnung so weit kommts noch hier